Herzlich Willkommen bei Kurz Erklärt Feuerwehrtechnik. Mein Name ist Felix, aber heute erklären wir euch keine Feuerwehrtechnik, sondern heute ist bei uns bei der Feuerwehr Lange Tag der offenen Tür. Los geht's! Hier sind wir jetzt an unserem Jugendvollwehr- und Kindervollwehrstand. Jetzt kriegen wir noch ein paar kleine Impressionen von unserem Stand hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier hinter mir stehen die Hauptfahrzeuge von der Foyvelange, die eigentlich bei fast jedem Einsatz mit rausfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020